Kennt ihr schon das UCI-Kino in Berlin? Es befindet sich am Mercedes-Platz und das Besondere an diesem Kino ist nicht das tolle Design, das leckere Popcorn oder die große Auswahl an Softdrinks, sondern die verstellbaren Sitze. Diese machen es nämlich möglich, quasi wie zu Hause auf der Couch zu liegen, super bequem und mal ein ganz anderes Kinoerlebnis. Folge mir für mehr Berlin-Tipps!